In den frühen 90er Jahren habe ich am Krankentransport eine Patientin transportiert, die sich auf der Flucht von Bosnien nach Österreich mit dem Kind im Arm, barfuß durch den Schnee, schwere Erfrierungen zugezogen hat. Es gab schon damals Menschen, die gesagt haben, wir haben für solche Leute keinen Platz in Österreich. Ich teile diese Meinung nicht. Auch heute nicht. Courage. Mut zur Menschlichkeit.